So, was gibt's dafür? Ich würde sagen, zwei Pakete. Ja, pff. Wir haben die Runde noch nicht gestartet und diskutieren über so einen Quatsch. Zwei Pakete. Wir starten, meine Damen und Herren. Die erste Runde wird gestartet und Achtung, Konzentration. Es war so nicht abgemacht hier bei Kabel, aber wir machen es trotzdem. Nennen Sie mir... Was ziehst du eigentlich heute so rum? Ja, weil es so nicht ausgemacht war, Kinder. So, Geldpaket. Leute, was habt ihr denn hier? Was habt ihr denn mit den Geldpaketen gemacht? Was? Wie, was? Hier ist in einem Paket 250 Euro drin. Bitte, was? In einem. Was? Warte mal. In dem anderen, hier sind 400. Was? Willst du mich verarschen? Ich spür's dir. Meine Damen und Herren, jetzt ruft mal keiner an. Was ist denn hier los? Was, was? Warte mal kurz. Hier, zeig mal die Pakete, du machst doch Scherze, Herr Gott. Lass diesen Mist, verdammt. Warte mal. Ich guck jetzt alles nach. Alter, hier, die Acht. Da sind 500 Euro drin, das ist kein Scheiß. Bitte, was? Wer hat die denn bestückt? Hier, mach die mal weg, das ist die falsche Bestückung. Guck mal, guck mal in der zweiten Serie, da muss weniger drin sein. So, meine Damen und Herren, nicht anrufen. Nicht anrufen, bitte. Alter, es geht so weiter. Bitte, was? Hier sind 300 drin. Nee, das, äh, hier. Äh, Requisite, Requisite. Das muss ein Fehler sein. Ja, super. So, was machen wir jetzt? Ja, die können wir nicht spielen. Ja, wie, die können wir nicht spielen? Da ist so viel Geld drin. Du willst mir doch nicht sagen, dass in einem Paket da 500 Euro drin sind. Kein Scheiß, warte mal kurz. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch sage. Nummer 5. Hier sind 200 Euro allein in der... Das ist, da stimmt irgendwas nicht. Meine Damen und Herren, bitte nicht anrufen, wir haben gerade ein kleines Problem. Nimm das Spiel bitte nochmal raus. Wir müssen, können wir noch eine Werbung senden kurz, bevor wir nochmal drauf gehen? Ein Werbeblock... Muss ich nochmal nachfragen, Moment. So, bitte nicht anrufen, hier stimmt gerade was nicht mit den Paketen. Das ist gerade... Für sie ist es natürlich Weltklasse, nur das ist in einem Paket 500, in einem anderen 300, in einem anderen 400. Das ist ja Wahnsinn. Werbung können wir leider nicht mehr senden, sagt die SRW. So, jetzt pass mal ganz kurz auf, mach mal bitte das Spiel rein. Wir müssen ja starten, die Dinger sind im Bild, du kannst sie nicht einfach rausnehmen, die Pakete. Ja, aber doch nicht mit der Kohle. Ja. Was ist nicht mit der Kohle? Leute, das ist nicht mein Ding. Ihr meint es ja auch nicht. Ich hab ganz andere Pakete da reingestellt. Ja, dann ist Glück für den Zuschauer jetzt. Heute. Ah ja, ich kann es nicht ändern, dann gehen jetzt halt 10.000 Euro raus. Bitte, was? Ah ja, Leute. Mach mal, nimm mal die Pakete und pack da irgendwie was anderes rein. Nimm das ganze Geld raus und pack was anderes rein. Genau, genau. Und der Zuschauer denkt sich, was ist mit Kabel 1 los? Leute, wir können nicht diskutieren, wir sind seit 5 Minuten on Air und haben noch nicht mal das Spiel gestartet. Ja, natürlich nicht. Wir spielen es. Wir spielen die. Die sind im Bild, die kannst du nicht mehr rausnehmen jetzt. Was denkt denn da der Zuschauer? Ja, ja, zu viel und dann rausnehmen. Jetzt habt ihr gelitten. Euer Fehler starten wir. Was das Geld angeht. Wer ist dran? Ja, Rainer, hallo. Rainer, siehst du gerade, was hier für ein Alarm ist? Ja. Gott, ist das peinlich. Jetzt hilft es ja nichts. Was hast du für ein Tier? Zebra. Z, E, ich sehe das B gar nicht, doch, da, B, R, H. Rainer, von Zebra, das B und das A liegen nebeneinander diagonal. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Es geht nicht. So, 50 Euro bleibt am Telefon. Meine Damen und Herren, die Buchstaben dürfen sich weder übereinander noch untereinander noch diagonal zueinander berühren. Das war fast klar. Das war fast logisch. So, können wir bitte... Du machst jetzt nicht drei Pakete. Wir stehen da schon unten drin. Kannst du nicht mehr rausnehmen. Jetzt mach mich doch nicht live hier bei Kabel. Mach mich doch jetzt nicht an. Was soll das denn jetzt hier? Die waren doch gerade eben bei zweimal. Da waren doch schon tausende Euro. So, Moment mal, meine Damen und Herren. Ganz kurz mal. Es tut mir leid. Wir müssen hier an dieser Stelle diese Live-Sendung ganz kurz... So, jetzt passt mal ganz kurz auf, Freundchen. Ich habe mit diesen beschissenen Paketen nichts zu tun. Ja? Wir sind live hier... Wir sind live bei Kabel 1 hier drauf. Ich kann doch nichts dafür. Da sind Paketen 800, 400, 300 Euro drin sind pro Paket. So. Ich meine, was willst du denn jetzt machen? Ich kann die Pakete nicht umpacken. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wir sind live drauf. Ich muss das... So, jetzt pass mal auf. Der Zuschauer weiß, wie viel in den Paketen drin ist. Ich kann da nichts rausnehmen. Nichts. So, und wir gehen jetzt drauf ganz normal und spielen diese Runde. Und bitte normale Tiere, nicht mit fünf Buchstaben. Du siehst doch, dass fünf Buchstaben Tiere mit fünf Buchstaben nicht gehen. Rainer hat es doch gerade vorgemacht. Das war falsch. So, ich... Weißt du, Max, wir haben nur in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Das war wieder dein... Dann mache ich jetzt viel Pakete. Wir gehen jetzt live. Bitte was? Wir gehen live drauf. Wir gehen live drauf. So, Max, mir ist es völlig egal. Dann mache ich jetzt vier Pakete. Das wird es nur ausbügelt. Hier, hier. 400. So, dann mache ich jetzt vier. 400 Euro in einem Paket. Hier, in Nummer zwei. In Nummer zwei sind 400 Euro. In Nummer zwei. Allein in Nummer zwei. Ja, meine Damen und Herren, wir machen drei Pakete und starten. Nö, wir machen jetzt vier. Was soll das denn jetzt? Was fragst du, was soll das denn jetzt? Du hast doch selbstständig Öl, sag mal. Gerade eben von ein paar Sekunden. Oder gucke ich falsch. Ich, ich habe erhöht auf drei und das reicht. Ja, dann mache ich jetzt vier. Das sind ja schon 2.000. Das sind ja schon 1.500 schon. Ja, wahrscheinlich. Das sollst du ausbügeln. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe dir gesagt von Anfang an, du sollst das nicht machen. Und du machst da einfach mein Ding. Bleibst du bei deinem Wahnsinn? Bleibst du bei deinem 5-Tieren-Buchstaben-Dings? Ein Tier mit 5 Buchstaben. Bleibst du bei dem Wahnsinn? Mach ich. Dann mache ich jetzt noch 5 Pakete. Geht's noch? So. Wir spielen jetzt um 6 Pakete, Freunde. Und jetzt reicht's mir. Und jetzt habe ich das letzte Wort. Basta. 5. So. Es sind 3 Leitungen. 4. Was? 7 Pakete. 7. Ich lasse mir doch von dir, klein Hansel, da drin nichts sagen. Sag mal, wir sind live drauf. Wie redest du mit mir? Der Zuschauer kriegt das alles mit hier, dein Theater. So, 3. Wir spielen jetzt um 7 Pakete, meine Damen und Herren. Das hat der Redakteur selbst eben gerade, sind sie Zeuge. Wir kriegen jetzt ein paar Tausend Euro. 2. Es ist mir egal. Die sind falsch bestückt. Dann geht die Kohle jetzt raus. 1. Markus. Markus. Was hast du raus? Tiger. T. I. Ich sehe das G überhaupt nicht. G. Wo denn? G. Links. Ja. E. Wo denn ist er? Er. Das geht. Gewonnen. Sie haben gewonnen. Ja, vergiss doch. Mike. Markus. Äh, Markus. Ich bin völlig wahnsinnig hier, was hier gerade passiert. Es ist noch 7 Pakete. Welche? Das sagst du. Geben wir die 8? Ja, natürlich. Du kriegst ja 7. Die 9. Ja, was noch? Die 6. Ja, das ist ja unglaublich. Moment mal, ich muss hier kurz auf den Boden. So, die 6 weiter. Noch 4. Die 5. Die 5. Ich werde wahnsinnig. So, was noch? Die 10. Ja. Jetzt drehst du genauso durch wie wir hier. Ich werde... Noch 2. Puh. Die 7. Die 7. Ich werde bescheuert. Noch 1. Ich leck mich fett. Ja, wie sagt ihr das? Ich kann nichts mehr. So, noch 1. Du, äh, gib mir die 4 noch mit. Ja, komm hier. Zack. Jetzt pass auf, was du gewonnen hast in diesen... So, jetzt pass auf. So, hier 300 in einem Paket. Da geht's schon los, Freundchen. So, 4... Ich pack die erstmal aus. Ach, du Scheiße. Was? Das ist ein Fehler von der Requisite. Hier, 500 in einem Paket, Freundchen. Schon wieder 500 in einem Paket. Was ist denn hier los? Das hört überhaupt nicht mehr auf. Wir müssen in die Werbung. Wir müssen es abbrechen. Das ist ja... Bleibt dran, bleibt dran. Nee, wir können nicht weitermachen. Die nächste Serie ist ja noch höher bestückt. Hab ich gesehen. Ohne Scheiße. Pass auf. Du hast jetzt 7 Pakete bekommen. Jetzt denken die Leute, die hast 700, vielleicht 1000 Euro. Jetzt pass mal auf, Freundchen. 200, 300. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1800, 2300 Euro. Ist ja geil. Ja, das ist Wahnsinn. Wir können so nicht weitermachen. Ist ja geil. 2300 Euro. Dreht durch. Jetzt bleib mal... So, jetzt bleib... Das war dein einziges Tier, was du hattest wahrscheinlich. Das war das Einzige, ja. Ja, das war das Einzige. So, wir müssen es rausnehmen. Jetzt bleib mal am Telefon, du kriegst 2300 Euro. Nee, warte, ich guck gleich runter, ich hol die Kohle. Ja, ja, du kriegst die Kohle, bleib am Telefon. Ey, Max, das kann doch einfach nicht wahr sein, oder? Du willst mir nicht sagen, dass jetzt gerade eben 2300 Euro rausgehen, oder? Ey, ich hab damit nix zu tun. Ja, ich doch aber genauso wenig. Scheiß mich doch hier nicht live an. Sag mal, ich glaube... Freunde. Ja, was? Jetzt beruhigen wir uns mal alle. Der Zuschauer... Wie soll ich mich denn bitte beruhigen, wenn mein komplettes Sendungsbudget jetzt schon gesprengt ist, du Hans-Furst? Freundchen, ich hab dir gesagt, dass die 10.000, 20.000 Euro jetzt rausgeben, weil die Dinger falsch bestückt sind. In einer Serie sind 5000 Euro drin. In 10 Paketen sind 5000 drin. Bitte, was? Es geht doch so weiter, ich hab's dir doch gesagt hier. Guck dir doch die Pakete an. 400 Euro in Nummer 3. Ey, das darf doch bitte nicht wahr sein. Was ist das? Welcher Requisiteur ist heute da? Sag mal. Ey, ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Es ist lauter 200er. Also, Freunde, meine Damen und Herren, Sie sehen gerade, was hier passiert. Der Zuschauer hat nur dieses eine Tier gehabt und es war das Einzige, was da drin war. Mit diesen fünf Buchstaben. So, wenn du jetzt kein Gewinner, also wenn jetzt kein Gewinner da ist, dann ist es, dann bleiben wir bei fünf Tieren. Also bei einem Tier mit fünf Buchstaben. Wir müssen jetzt auf Tiere mit vier Buchstaben runter. Jetzt können wir nicht machen. Jetzt mach mich nicht fertig. Wir können es aber nicht machen, weil wir das Tier schon gestartet haben jetzt. Leute, das kann nicht wahr sein. Wir sind live drauf, da waren in sieben Paketen 2300 Euro drin. Es geht ja so weiter. Gott, Kinder. Wir müssen irgendwas anderes machen. Das geht nicht. Ich drehe gleich durch. So, starte es jetzt die nächste Runde oder brechen wir es jetzt ab? Also, meine Damen und Herren, wenn Sie gerade hier Kabel 1 einschalten, Sie erleben gerade für Sie eine Weltsensation. Sie schreiben gerade Kabel 1 Geschichte und erleben hier gerade was, was ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Also, Sie sprechen gerade. Bis zum nächsten Mal.